Der Freitag wird so ein richtiger Unwettertag mit Starkregen, mit Hagel und Sturmböen. Das kann fast überall in Deutschland passieren und es lässt sich nur ganz schwer eingrenzen, wo die Wahrscheinlichkeit dafür am größten ist. Hier der Wolken- und Niederschlagsfilm zeigt eigentlich ein Wolken- und Regenbrei. Die Gewitter sind hier gar nicht aufgelöst bzw. nicht dargestellt. Aber in der nächsten Karte kann man doch so ein bisschen die Labilität sehen. Und das ist dann die Gewittergefahr, die ist eigentlich überall in Deutschland hoch bis sehr hoch, außer direkt hier im Küstenbereich an der Nordsee in Schleswig-Holstein und auch unmittelbar an der Ostsee. Da ist sie etwas geringer, aber ansonsten kann es wirklich überall Unwetter geben. Aber man sieht schon, es gibt Unterschiede in den Farben, also ein bisschen Unterschiede gibt es dann in der Realität auf jeden Fall. Und das gilt auch für den Wind. Vor allem in Verbindung mit diesen Schauergewittern können teilweise Böen über 70, 80, ja örtlich sogar 90 Kilometer pro Stunde auftreten. Und das gilt insbesondere für die Mitte und für den Süden Deutschlands. Der Norden ist so ein bisschen außen vor. Aber es gibt schon am Freitagvormittag kräftige Schauergewitter von Westen her, die sich in die Mitte und auch in den Südwesten ausbreiten. Hier in Bayern ist es noch lange Zeit trocken, auch im äußersten Osten. Und auch direkt an der Nordsee passiert nichts am Nachmittag und zum Abend hin verschiebt sich dann der Schwerpunkt der Gewitter, inklusive lokaler Starkregenereignisse, Hagel und eben auch Sturmböen in die Mitte, beziehungsweise auch immer mehr in den Osten und Südosten Deutschlands. Nur Niederbayern ist noch lange außen vor, auch der äußerste Osten. Ansonsten sieht es eben verbreitet sehr, sehr ungemütlich aus. Ein bisschen Sonne gibt es auch. Meistens sind es so zwischen zwei und fünf Sonnenstunden hier im Südosten Bayerns. Da sind teilweise noch sieben oder acht Sonnenstunden möglich. Und man sieht hier auch am Niederschlag, die Mengen sind sehr ungleich verteilt. Generell hier im Süden und im äußersten Westen kommt am meisten runter. Dazu die Temperaturen im Osten und Süden nochmal 30 bis 32, ansonsten 20 bis 28 Grad.